Ich möchte mich zunächst einmal erneut ganz herzlich bedanken dafür, dass wir hier in Ihren Räumen durch Ihre Gastfreundschaft über die Corona-Pandemie und andere Themen vortragen dürfen. Ich möchte mich auch ganz herzlich dafür bedanken, dass Frau Stokowski heute dabei ist und uns bei der Vorstellung der neuen Kampagne gegen Corona unterstützen wird. Herrn Chichutec muss ich entschuldigen, er war angekündigt, er ist krankheitsbedingt heute nicht in der Lage dabei zu sein. Ich fange daher an, indem ich zunächst einmal darauf hinweise, wir leben in sehr schwierigen Zeiten, in sehr schwierigen Zeiten. Der Ukraine-Krieg ist auf absehbare Zeit nicht beendet. Wir leben in Angst vor einer Ausdehnung des Krieges, selbst über einen möglichen Nuklearschlag wird philosophiert zum Teil in den Medien. Wir haben eine gravierende Inflation zu bekämpfen, Energiepreise, also wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Und jetzt kommt auch noch die Covid-Pandemie zurück. Sie war nie beendet und erwartungsgemäß wird es jetzt eine Herbst- und eine Winterwelle geben, die hat begonnen. Jetzt ist mal die gute Nachricht, wir haben es selbst in der Hand, ob diese große Krise noch einmal die Bedeutung bekommt, die sie gehabt hat oder ob sie im Hintergrund bleiben kann. Und wir werden alles daran setzen als Bundesregierung, dass die Krise, die Covid-Krise im Hintergrund bleibt und nicht ein bestimmendes Thema wird. Und dafür werden wir heute eine Kampagne vorstellen, die sowohl das Impfen wie aber auch den Schutz vor der Pandemie betrifft. Und sie heißt daher auch bezeichnend für das, was sie auch ist. Wie können wir uns schützen? Und die Kampagne bedeutet oder wird genannt, ich schütze mich. Zunächst einmal, wir sind gut vorbereitet. Wir haben sehr gute Impfstoffe. Wir haben zum ersten Mal seit langer Zeit angepasste Impfstoffe, die genau auf die Variante passen. Die wir derzeit haben, die BA5-Variante, die Impfstoffe wirken daher ausgezeichnet. Das sind Impfstoffe mit bekannten, aber wenigen Nebenwirkungen. Wir haben die Impfstoffe also in der Menge, dass sie also zu jedem Zeitpunkt in der Arztpraxis, der Hausarztpraxis oder auch in Impfzentren abgeholt werden können. Die Hausarzt arbeiten sehr eng mit uns zusammen bei der Impfkampagne. Wir haben die Impfstoffe auch in die Pflegeeinrichtungen verbracht. Dort laufen jetzt große Impfkampagnen. Somit die Impfung ist eigentlich jederzeit möglich für jeden, der sich impfen lassen will. Zum Zweiten, wir haben also gute Medikamente gegen Covid, insbesondere Paxovid. Zum Dritten, wir haben eine sehr gute Übersicht über das Infektionsgeschehen. Der Pandemie-Radar ist am Netz. Wir haben jetzt auch die Abwasserdaten am Netz. Wir sehen, dass die Parameter sich derzeit verschlechtern, aber wir können das sehr gut planen im Moment. Und zum Vierten, wir haben ein Infektionsschutzgesetz, mit dem es den Ländern möglich ist, zu jedem Zeitpunkt jetzt zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel auch die Maskenpflicht in den Innenräumen zu vereinbaren. Somit diese vier Elemente, Impfstoffe, Medikamente, Pandemie-Radar und Infektionsschutzgesetz. Mit diesen vier Maßnahmen wäre zu jedem Zeitpunkt das Infektionsgeschehen beherrschtbar. Ich bringe hier nur ein Beispiel. Wenn jemand jetzt drei Impfungen hat und geht über zur vierten Impfung und ist über 60 Jahre alt, dann reduziert er damit sein Sterberisiko durch diese zusätzliche Impfung noch einmal um 90 Prozent. Sollte er trotzdem schwer erkranken, kann er durch die Paxovid-Gabe das Risiko erneut um 80 bis 90 Prozent senken. Das heißt, wir haben tatsächlich für die über 60-Jährigen hier die Möglichkeit, das Sterberisiko und das Risiko sehr schwerer Verläufe massiv zu begrenzen. Dann bleibt nur noch ein ganz kleines Restrisiko über. Das muss man sich überlegen. Bei welcher anderen Erkrankung haben wir das? Daher wollen wir mit unserer Kampagne darauf hinweisen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich schütze mich, so heißt die Kampagne, die haben wir vorbereitet in einer Art und Weise, dass es keine Angstkampagne ist. Es ist keine Angstkampagne. Es sind schwere Fälle zu sehen. Es sind vermiedene Fälle zu sehen. Es sind Menschen zu sehen, denen es gut geht. Es gibt Menschen zu sehen, denen es wieder gut geht. Es gibt aber auch Menschen, denen es nicht gut geht, wie zum Beispiel jemanden verloren haben oder die nicht voll zurückgekommen sind in das Leben, was sie vorher hatten. Wir haben in dieser Kampagne, ich schütze mich, 84 echte Personen, die ihr Schicksal erläutern oder ihre Gründe benennen, weshalb sie sich schützen wollen. Jeder tritt vor, jeder Mensch ist echt, keine Schauspieler, keine Modelle, niemand hat Geld bekommen, keine kleine Kostenpauschale, vielleicht 100 Euro für Taxikosten oder ähnliches. Das sind Menschen, die aus der Mitte der Gesellschaft bereit sind, über die Kampagne zu sprechen, die ihr Schicksal vortragen. Viele dieser Berichte sind lustig, sind reale Menschen, sie sprechen für die große Mehrheit in der Bevölkerung. Es sind aber zum Teil schwierige Schicksale und es geht auch hier darum, dass wir als Gemeinschaft zusammenhalten. Ich will sagen, was mich besonders bestürzt hat in den letzten Wochen, wenn ich über die Möglichkeiten einer Herbstwelle gesprochen habe oder was auch in Zukunft, es sind zwei Dinge, die mich immer besonders betroffen haben. Das eine ist, wenn ich vorgetragen habe, dass die Sterbezahl wieder steigt, wir haben mehr Menschen, die jetzt an Covid sterben, und dann bin ich sofort gefragt worden, ja wie alt sind denn diese Leute? Wie alt sind die Leute? Und wenn ich dann sage, 75, 80, ja um Gottes willen. Und als wenn es heißen würde, das ist doch dann sowieso ein alter, was will man denn da noch verlangen? Und das ist einfach eine bestürzende Veränderung auch in unserer Gesellschaft. So haben wir zu Beginn der Pandemie nicht gesprochen und auch nicht gedacht, dass man sagt, alte Menschen, immer wieder, man wird nachgefragt, sind die mit oder an Covid gestorben? Das ist oft nicht wirklich gut unterscheidbar. Wenn jetzt meinetwegen ein Mensch mit einer Herzschwäche ins Krankenhaus kommt, weil er jetzt zusätzlich Wasser in der Lunge hat, weil er an Covid erkrankt ist, und dann an der Herzschwäche stirbt, dann stirbt er an der Herzschwäche, aber wahr ist, wenn er die Covid-Erkrankung nicht bekommen hätte, dann wäre möglicherweise die Lungenentzündung auf der Grundlage von Wasser in der Lunge nicht entstanden und er hätte überlebt. Er hätte dann noch überlebt. Und dann werde ich aber immer wieder gebeten, so einer darf nicht zählen. Der stirbt doch an der Herzschwäche, aber es ist nicht so. Er hätte noch gelebt. Und wir wissen, dass er noch gelebt hat, wir haben ihn deshalb behandelt. So, ja, das ist das Erste, was mich bestürzt. Das Zweite, was mich bestürzt, also die vielen Opfer von Long-Covid, die wir haben. Das sind Menschen, die sich an mich wenden. Wir haben da keine gute Behandlung. Wir haben keine gute Rehabilitation. Das sind Menschen, die dann zum Teil voll im Leben standen, die promoviert haben, die einen tollen Beruf gehabt haben, die dann rausfallen und dann plötzlich mit der Frage konfrontiert werden, ja, wie haben sie schon mal über eine Erwerbsminderungsrente nachgedacht? Das ist die Frage, die dann im Raum steht. Oder dann wird gefragt, ja, also, wie stellen Sie sich das denn selbst vor? Die Leute sind ja plötzlich alleingelassen. Und das sind ja ganz viele. Wir wissen mittlerweile aus den Studien, die es gibt, dass irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent der Menschen, die Covid bekommen, Long-Covid-Symptome entwickeln, die zum Teil über viele Monate von dem, was wir wissen, auch über ein Jahr nicht weggegangen sind. Und aus der ersten SARS-CoV-2, 2002, 2003, wissen wir, dass diejenigen, die damals Long-Covid bekommen haben, zu einem großen Teil auch nach 15 Jahren nicht geliefert haben. Jetzt ist die Lage jetzt eine bessere, weil jetzt die Forschung eine ganz andere ist als die 2002, 2003. Das heißt, wir werden da tatsächlich eine deutlich bessere Erforschung der Krankheit hinbekommen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Aber auch diesen Menschen wird diese Kampagne, Ich schütze mich, eine Stimme geben. Das ist eine Stimme für die Vernünftigen, die immer die Pandemie-Kontrolle mitgemacht haben. Das ist eine Stimme für die Älteren, die jetzt im Risiko stehen oder jemanden verloren haben. Das ist aber auch eine Stimme für diejenigen, die an Long-Covid leiden oder diejenigen, die es nicht bekommen wollen. Denn viele können sich ja auch gar nicht selbst so gut schützen. Das sind junge Leute beispielsweise mit einer chronischen Erkrankung, einer rheumatischen Erkrankung zum Beispiel, einem Immundefizit. Wir wissen, dass viele Menschen, auch jüngere Leute, einen Immunklobulin G oder einen Immunklobulin A, also Mangel haben. Das wird zum Teil substituiert, aber die haben einfach ein höheres Risiko. Die sind auch darauf angewiesen, dass wir sich schützen. Die können sich selbst nicht komplett schützen. Das ist alles Gegenstand dieser Kampagne. Ich bin daher sehr dankbar, dass Frau Stukowski uns heute begleitet, eine Autorin, deren Arbeit ich persönlich sehr schätze. Diese Randbemerkung sei mir hier gestattet. Und sie wird über ihre Erfahrungen gleich berichten. Wir haben die Werke vorgestellt. Ich will darauf hinweisen, dass wir hier kreativ von Raphael Brinkert unterstützt worden sind, der uns hier geholfen hat. Wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir diese Kampagne machen können, dass sie kreativer ist als vielleicht das eine oder andere, was wir in diesen Zusammenhängen in der Vergangenheit gesehen haben. Und es geht hier einfach darum, keine Angst zu machen. Echt Schicksal und nichts ist gefehlt. Keine Fake News. Die Leute erzählen ihre Geschichten. Sie kommen freiwillig. Sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Sie berichten, wie es ihnen ergeht. Die Kampagne wird aufgespielt im Fernsehen, also im Radio, auf Plakatflächen, in den sozialen Netzwerken, aber auch in den Zeitungen. Wir wollen damit die Impfquote erreichen, insbesondere auch bei den über 60-Jährigen. Dort fehlt nach wie vor 70 Prozent die vierte Impfung. Ich hatte eben schon ausgeführt, dass das Sterberisiko bei dieser Gruppe durch die vierte Impfung um 90 Prozent gesenkt werden kann. Im Vergleich zum Sterberisiko, wenn man schon drei Impfungen hat. Das ist zumindest die Lage einiger sehr wichtiger Studien. Und wir wollen auch all diejenigen erreichen, die also einfach bereit sind, dann wieder die Maske zu tragen. Lassen Sie mich schließen mit einem ehrlichen Wort in Richtung der Bundesländer. Es ist jetzt wirklich an der Zeit. Die Fallzahlen steigen. Die Zahl der Todesfälle mit und an Corona steigt. Die Intensivstationen belegen sich zunehmend und sind in einigen Bereichen bereits vor der Überlastung. Wir haben darüber hinaus keinen Grund anzunehmen, dass die Welle, die wir jetzt vor uns haben, dass sie sich selbst begrenzt. Das heißt, es wird einfach immer so weitergehen. Und die Frage ist, zumindest für die nächsten Wochen wird es so weitergehen, dann wird es vielleicht mal etwas langsamer steigen, dann wieder schneller steigen, dann wieder etwas langsamer steigen. Aber die Richtung, in die wir unterwegs sind, ist keine gute. Und wir wissen aus der Pandemie, je früher man die Bremse tritt, desto besser ist es, weil wir müssen lange auf der Bremse bleiben. Daher wäre es sinnvoll, mit geringen Einschränkungen jetzt zu arbeiten, als mit sehr drastischen Einschränkungen spät zu reagieren. Und das ist mein Appell wirklich an die Länder, dass die Länder überlegen, ob nicht jetzt schon darüber nachgedacht werden sollte, machen wir in den Innenräumen die Masken zur Pflicht. Aber es ist etwas, was viele Bürger mittlerweile auch wünschen. Ich schließe mich der Präsidentin der Bundesärztekammer des Marburger Bundes, Frau Joana, an, die gestern gesagt hat, wir müssen darüber nachdenken, denn mit dem Masken tragen in den Innenräumen können wir die jetzige Welle gut begrenzen. Die Länder müssen das überlegen, müssen schauen, wie steht die Pandemie, muss also darüber nachgedacht werden, wann ist der optimale Zeitpunkt. Aber wir sind eigentlich mit allen Instrumenten optimal am Platz. Impfstoffe sind da, wir haben eine gute Kampagne, die stellen wir heute vor. Wir haben gute Daten, keiner kann sagen, wir können jetzt nicht reagieren, uns fehlen die Daten, das wäre abwegig. Ein Blick auf den Pandemieradar zeigt, dass die Daten da sind, wir brauchen auf nichts zu warten. Das Abwassermonitoren zum Beispiel an den sechs Plätzen, wo wir es jetzt machen, zeigt ganz klar, es geht aufwärts mit den Fahrzeilen, wir haben die Medikamente da, wir haben das Infektionsschutzgesetz, darüber ist das Ganze, den ganzen Sommer, darüber ist, darüber gearbeitet worden. Somit, also können wir das jetzt beherrschen, wir können das begrenzen und dann ist es nicht so, dass in diesem schwierigen Herbst auch noch die Corona-Krise ein großes Thema wurde. Vielen Dank, Herr Lauterbach. Ein technischer Hinweis von mir, beziehungsweise eine dringende Bitte an die Fotografinnen und Fotografen, doch bitte pfleglich mit unseren Mikrofonen umzugehen, das sind auch Ihre Mitgliedsbeiträge, die womöglich für eine Reparatur verwendet werden müssen. Frau Stukowski, bitteschön. Ja, hallo, mein Name ist Margarete Stukowski, ich bin hier heute das Abschreckungsbeispiel für Long-Covid, normalerweise bin ich Autorin, beziehungsweise ich war es vorher. Meine Infektion war im Januar, ich war dreimal geimpft, also ich war ziemlich frisch geboostert und seitdem bin ich krank. Und seit ein paar Wochen bin ich so halbwegs auf dem Weg der Besserung, aber es gibt immer noch sehr viele Tage, an denen ich einfach nur im Bett liegen kann und das ist dann auch nicht so entspannt, wie das immer klingt mit dem Bett liegen und so. Also man liegt dann mit Symptomen im Bett. Und ja, ich finde sehr gut und richtig, dass es diese Aufklärungskampagne jetzt gibt. Und gleichzeitig wurde ich gebeten, aus meiner Perspektive zu sprechen und als Long-Covid-Betroffene. Und da muss ich sagen, ich sehe, dass total viele Leute, auch eigentlich gut informierte Leute, überhaupt keine Ahnung von Long-Covid haben. Also ich frage auf Leute, bist du eigentlich noch so müde? Müde ist echt nicht mein Problem, ich schlafe oft 14 Stunden oder so. Also ich habe andere Symptome oder Leute setzen Long-Covid quasi mit so einer Art Burn-out oder Depression oder so gleich. Beides habe ich nicht. Oder haben so Vorstellungen, dass man so eine verdiente Auszeit irgendwie hat durch so eine Long-Covid-Ankragung. Und das trifft halt alles nicht zu. Das ist alles ziemlicher Quatsch. Und wenn es jetzt nur eine Aufklärungskampagne wäre, dann würde ich natürlich kritisch mich äußern, weil es dann so wäre, dass es einfach eine Individualisierung der Verantwortlichkeiten wäre, beziehungsweise eine Fortsetzung dessen. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt diese Diskussionen gibt über, ob die Massenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt wird. Und ich hoffe, dass das passiert. Wobei, Grüße auch da von mir, ich habe mich draußen angesteckt. Und also ich bin sehr, sehr sicher, in welchem Moment das war. Und das war draußen. Von daher kann ich persönlich dazu raten, auch draußen die Maske zu tragen, wenn man Leute trifft. Und natürlich hoffen Leute wie ich, ich weiß nicht, ob irgendwer noch über Luftfilter an Schulen oder so diskutieren wird dieses Jahr. Aber das würde ich mir natürlich auch wünschen. Und dass wir natürlich die Leute vor Long-Covid nicht nur warnen, sondern auch denen helfen, die es jetzt schon haben. Und da gibt es im Moment viel zu wenig Informationen, zu wenig Behandlungsmöglichkeiten und zu viel Bürokratie. Für mich ist heute der 264. Tag ab Symptombeginn. Mein akuter Verlauf war einigermaßen mild. Und danach wurde ich dann halt nicht mehr gesund. Ich habe dann Long-Covid bekommen in Form von täglichen krassen Kopfschmerzen, Fatigue, Herzrasen, Schwindel, Kribbeln in verschiedenen Körperteilen, Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen und diese ganzen anderen als Brain-Fog-bekannten Phänomene und eine starke Belastungsintoleranz. Und das bedeutet, dass sämtliche Symptome sich bei Belastung verschlimmern. Und Belastung kann halt auch so etwas sein wie, man geht zum Supermarkt, man duscht, man telefoniert. Also es können sehr banale Sachen sein. Und dieses Verschlimmern heißt, dass man dann mehrere Stunden oder mehrere Tage, es einem sehr schlecht geht. Als ich zum ersten Mal einen solchen Crash hatte, dachte ich, ich habe einen Herzinfarkt. Also zur Einschätzung, wie sich das anfühlt, ist das nicht schön. Ich habe dabei noch eigentlich dreifaches Glück im Unglück, weil ich erstens einen Arzt habe, der Long-Covid ernst nimmt. Ich war auch schon bei anderen Ärzten, die das absolut nicht ernst genommen haben. Einer davon, der sogar eine Long-Covid-Sprechstunde anbietet. Das war grotesk, aber egal. Jedenfalls habe ich einen Arzt, der sich darum kümmert. Zweitens, weil mein Freund mich pflegt und für mich einkaufen geht und kocht und diese ganzen Sachen macht, die ich nicht mehr so gut machen kann. Und drittens, weil ich vorher ganz okay verdient habe und deswegen jetzt noch nicht arm bin durch die Krankheit. Ich sage noch, weil ich nicht weiß, wann ich gesund werde. Und sicher auch viertens, weil ich nicht so viele Deppen in meinem Umfeld habe, die generell Corona-Löckner sind oder Long-Covid für Beamten oder Künstler, Hysterie halten oder so. Die Versorgungslage bei Long-Covid ist weiterhin sehr schlecht. Ich habe jetzt seit Anfang des Jahres die Krankheit und mein erster Termin in der Long-Covid-Sprechstunde in der Charité hier in Berlin bis in der zweiten Novemberhälfte und das war der frühestmögliche Termin. Aktuell habe ich dann zusätzlich noch das bürokratische Problem, dass meine Krankenkasse mich zwingen möchte, ein Reha zu beantragen. Das ist ein Standardverfahren, weil die Krankenkassen nicht so lange Krankengeld bezahlen wollen. Allerdings gibt es keine Reha bei dem, was ich habe. Im Gegenteil, es gibt eine starke Empfehlung der WHO, keine Reha zu machen, wenn man PEM hat. PEM heißt Cost Excerptional Malaise, das heißt, das ist diese Verschlechterung der Symptome nach Anstrengung oder Belastung. Das ist ein zentraler Punkt von ME-CFS, aber eben auch von Form von Long-Covid. Ich weiß nicht, ob den Krankenkassen diese Empfehlung nicht bekannt ist oder ob sie sie bewusst ignorieren. Es geht natürlich ums Geld in dem Fall. Eine nicht geglückte Reha ist gleichzeitig ein Rentenantrag und dann zahlt er die Rentenkasse und nicht die Krankenkasse. Das ist der ganze finanzielle Witz an der Sache. Aber es gibt eben Leute mit Long-Covid, die in so eine Reha noch reingehen, ohne Rollstuhl und im Rollstuhl wieder rauskommen. Weil das, naja, Belastungen und so, sollte man vermeiden. Ich habe jetzt gerade schon im ME-CFS gesagt, das ist die schwerste Form von Long-Covid. Und weil die Forschung dazu und die Aufklärung darüber über Jahrzehnte vernachlässigt wurde, gibt es jetzt auch so wenig Hilfe bei Long-Covid. Und ich habe bisher über 1.000 Euro ausgegeben für Sachen, wo ich rumprobiert habe, ob sie mir helfen. Also Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Kompressionskleidung, eine Apple Watch, mit der man ein EKG machen kann, Botox gegen Kopfschmerzen. Manche Sachen haben geholfen, manche nicht. Aber es hat halt auch nicht jeder über 1.000 Euro, um ein bisschen rumzuprobieren. Long-Covid und ME-CFS sind beides keine tödlichen Krankheiten. Man stirbt eigentlich nicht daran. Aber für ME-CFS weiß man jetzt schon, dass es da eine ziemlich hohe Suizidrate gibt. Und das liegt nicht nur daran, dass diese Leute schwer krank sind, sondern auch daran, dass sie zu wenig gesellschaftliche Unterstützung bekommen und dadurch jede Art von Hoffnung auf Besserung verlieren. Und das hat auch politische Gründe. Mangelnde Forschung, mangelnde Versorgung und Unterstützung. Und diejenigen, die man dann öffentlich manchmal nur hört mit Long-Covid oder ME-CFS, das klingt dann immer so wie, ja, warum? Sie kann ja jetzt hier sitzen, sie kann ja jetzt sich irgendwie unterhalten oder mal ein Interview geben oder so. Ja, das heißt, dass diese Leute entweder wahrscheinlich gerade einen ausnehmend guten Tag haben oder sich über ihre Kräfte hinaus engagieren und danach bestraft werden und wieder im Bett liegen müssen mit Schmerzen und mit Schwindel. Jetzt ist es so, dass viele der Geschichten, die man im Moment in den Medien berichten liest, über Long-Covid-Betroffene so gehen, ja, er war Marathonläufer und er war leitender Angestellter und jetzt kommt er kaum noch die Treppe hoch oder sie hatte ein Unternehmen und sie will unbedingt wieder arbeiten. Sie haben vorhin auch gesagt, da haben Leute promoviert, die hatten tolle Jobs und so. Und es stimmt ja auch alles. Es stimmt, dass es gesunde, aktive High-Performer Menschen treffen kann. Ich finde das ein bisschen gruselig, weil dabei halt immer wieder betont wird, dass die Leute unbedingt wieder gerne arbeiten wollen und leisten wollen und so. So, als müsste man immer noch beweisen, dass es nicht um Faulheit geht. Und es ist aber natürlich so, dass auch arme, vorher schon kranke, faule und unsportliche Leute Long-Covid bekommen und darunter genauso leiden. Vielleicht sogar noch mehr, wenn sie arm sind und sich diese ganzen Experimente nicht leisten können. Und vielleicht auch Leute, die nicht das Glück haben, sozial gut absichert zu sein, die keinen haben, der sie pflegt. Und vielleicht auch einen nicht so guten Hausarzt haben. Also was ich mir wünsche, wäre weiterhin Aufklärung, ausgewogene Berichterstattung und wesentlich mehr Forschung zu Long-Covid und ME-CFS. Mehr Kostenübernahmen durch die Krankenkassen, mehr Fortbildungen für Ärztinnen und Ärzte. Weil, wenn das nicht passiert, dann hängt es wie bisher von Privilegien, Geld und Glück ab, ob man diese Krankheit schafft zu besiegen. Und das wäre bitter. Dankeschön. Dankeschön bis hierher. Dann sind wir bei Fragen und starten mit dem ZDF. Frau Spiekermann, wenn Sie sich auch kurz vorstellen. Herr Spiekermann vom ZDF Hauptstadtstudio, es gibt zunächst eine Frage an Sie, Frau Fekowski. Sie haben ja im Prinzip alles richtig gemacht. Sie sagen, Sie mehrfach geimpft zu gehen, das Thema sprechen auch. Wir können Sie ganz schlecht verstehen. Ich sagte, Entschuldigung, weil es ein bisschen weit weg ist. Sie sagen ja, dass Sie mehrfach geimpft sind. Also auf Geburtstag, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie erklären Sie sich, dass Sie trotzdem so werfig erkrankt sind? Und gleichzeitig werden Sie auch geimpft. Haben Sie gar nicht auch die Zweifel, dass das möglicherweise nicht so geschützt hat, wie Sie sich das erhofft haben? Weil Sie ja trotz Impfung schwer erkrankt sind. Ja, wie erkläre ich mir das? Keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären. Also es ist so, ich kenne auch Leute, die nicht geimpft waren und Long Covid haben. Von daher, also keine Ahnung, wie das bei mir gelaufen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Natürlich hätte ich gehofft, dass die Impfung mich auch vor Long Covid schützt. Und es scheint ja rein statistisch bei vielen Leuten so zu sein. Ich war vorher einigermaßen gesund. Also das, weswegen ich in Behandlung war, spielt keine Rolle. So was wie Schilddrüsentabletten, das nehmen viele Frauen in meinem Alter. Und hatte keine relevanten Vorerkrankungen. Von daher weiß ich nicht, warum ich so erkrankt bin. Und klar hätte ich mir gewünscht, dass die Impfung mich davor schützt. Aber ich würde trotzdem allen Leuten raten, sich impfen zu lassen. Weil ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Herr Lauterbach. Ja.